hallo und herzlich willkommen auf dem youtube kanal von lucky bricks mein name ist max und heute geht es hier um das neue 2024 clone trooper versus droid battle pack was das set kann schauen wir uns in diesem review an im jahr 2007 startete für lego mit dem clone trooper und droiden battle packs eine wahre erfolgsgeschichte kleine sets zum einstiegspreis mit vier oder mehr figuren die sich perfekt zum army building eignen 17 jahre später zum 25 jährigen jubiläum von lego star wars gibt für diese geschichte nun im 75 372 clone trooper und battle droid battle pack und das hat es wirklich in sich im set enthalten sind ganze neun figuren es bildet somit eigentlich zwei battle packs in einem set das macht sich auch im preis bemerkbar das set ist mit seinen 215 teilen nicht nur das größte battle pack aller zeiten sondern mit dem preis von 30 euro auch das teuerste auf den zweiten blick ist dieser preis allerdings gar nicht mal so hoch ein einzelnes battle pack mit vier figuren wie das von es auch als clone trooper was es ja aktuell gibt kostet bei lego 21 euro verdoppelt man das käme man somit sogar auf 42 euro im verhältnis kann das neue clone trooper und battle droid battle pack also durchaus beim preis leistungsverhältnis glänzen die hauptdarsteller im set sind wie bei eigentlich allen battle packs die minifiguren in diesem set treten vier klon krieger gegen fünf kampf ruinen an bei dem enthaltenen shock trooper handelt es sich um die gleiche figur die erstmals im coruscant guard gunship im september vorkam bewaffnet ist sie mit einem kurzen handblaste und einem makro fernglas eine von vielen anspielungen in diesem set an die ur battle packs von 2007 grund zur freude sind die ebenfalls enthaltenen weißen phase 2 klone die gab es zuletzt 2014 ganze zehn jahre mussten die fans hier also auf eine neue version warten kritisiert werden von einigen fans die seitlichen löcher in den helmen der klon krieger für mich sind die weniger schlimm bieten sie doch die möglichkeit die klone mit verschiedenen accessoires wie range fighter oder sonnenvisieren auszustatten überraschenderweise liegen in diesem set diese extras allerdings nicht bei eine vertane chance meiner meinung nach hier muss man also auf andere sets zurückgreifen wenn man das machen will unter dem helm befindet sich bei allen klonen der gleiche standardmäßige klung kopf den wir seit einigen jahren auch aus allen anderen sets kennen gegen die klone treten in diesem set zwei kampf ruiden und drei super kampf ruiden an laut bauanleitung soll einer der kampf ruiden mit zwei geraden armen und der andere mit zwei gebogenen armen gebaut werden das dient dazu damit letzterer auf dem step den wir uns gleich noch anschauen werden platz nehmen kann aus dem selben grund hat dieser droide auch ein clip teil auf dem rücken damit hier beim flug mit dem step seine waffe befestigt werden kann wenn man die arme miteinander hin und her tauscht kann man aber auch zwei ganz normale kampf ruiden zusammenbauen genau wie die weißen klon krieger feiern auch die super kampf ruiden hier in diesem set ihr comeback zuletzt gab es die 2015 in einem set die neue version wurde von lego jetzt mit einem neuen oberkörper bedacht der jetzt hoffentlich dann auch etwas langlebiger ist als die alte version und nicht so schnell beim spielen kaputt geht werfen wir nun einen blick auf die side builds auf seiten der klone finden wir hier ein doppelsitziges speeder bike und eine kleine geschützstellung ganz offensichtlich handelt es sich hierbei auch um eine verbeugung vor dem ur-battle pack von 2007 denn da waren genau dieselben extras drin das speeder bike im jetzigen set ist ausgestattet mit zwei start shootern an den seiten und außerdem können hinten die beiden blaster der klone als heckgeschütz verwendet werden leider entspricht der gesamtlook des bieders eher einem 4 plus set da sah selbst das bieder bike aus 2007 besser aus auch die geschützstellung kann optisch nicht wirklich überzeugen aus wenigen teilen zusammengebaut enthält auch sie einen start shooter immerhin können aber die beiden seiten teile abgebaut und als schild für die klonkrieger verwendet werden keine schlechte idee wie ich finde die separatisten hingegen gehen mit zwei wirklichen krachern ins rennen der steps bieder sieht ungemein gut aus und kann dank transparenter teile sogar über dem schlachtfeld schweben neu ist ja auch die dunkelblaue farbe die dem vorbild in näher kommt als die verschiedenen vorgänge modelle die meisten teile des sets fließen aber in den zwölf zentimeter hohen tridroiden der interessanterweise auch mit einer eigenen anleitung bedacht wurde das set eignet sich also auch perfekt um es zu zweit aufzubauen der tridroide ist in diesem maßstab wunderbar gestaltet besonders gefällt mir hier die posierbarkeit der beine die das ganze eben wie im film aussehen lassen am kopf des droiden befinden sich originalgetreu drei blaster mit roten augen darunter liegen drei schnippraketen für den spielspaß ein nettes detail befindet sich außerdem auch im kopf des tridroiden ein pinker stein stellt hier das truiden gehören da und wir wissen dass alle im bill und darf deswegen wieder kuchen gegessen werden zu guter letzt gibt es in dem set noch eine kiste mit zwei thermal detonatoren die man dann je nach bedarf der einen oder der anderen fraktion zu ordnen kann alles in allem ist das set wahrscheinlich eines der besten battle packs welches je erschienen ist auf der einen seite gibt es hier zwar kleinere schwächen wie das design des klonspeeders oder der geschützstellung diese werden aber deutlich aufgewogen durch den hervorragenden step speeder und auch den tridroiden der mich ebenfalls beeindruckt hat nicht zuletzt überzeugt das set aber auch mit der schieren anzahl von neuen minifiguren besonders positiv ist hierbei auch dass es keine namenhaften charaktere gibt und sich das set somit prima zum army building eignet wenn man es mehrmals kauft kann man hier ganze armeen von klonkriegern und kampfdroiden erstellen besonders hervorzuheben sind hier auch die weißen klone und die superkampf ruinen auf die die fans nun schon seit fast einem jahrzehnt warten mussten für mich erhält das klon trooper und bette droid bette pack somit eine klare kaufempfehlung so viel also zu meiner meinung zu diesem battle pack hier ihr merkt es vielleicht ich bin sehr überzeugt davon normalerweise frage ich an dieser stelle ja auch immer werdet ihr euch das set kaufen oder nicht aber ich denke heute wäre es eher angebracht zu fragen wie oft werdet ihr euch das set kaufen so oder so schreiben wir eure antwort dazu gerne unten in die kommentare wenn ihr genauso überzeugt von dem set seid könnt ihr das ganze auch aktuell bei lucky bricks vorbestellen entweder einzeln oder sogar im achter bundle da habt ihr dann gleich 72 minifiguren auf einmal das sieht glaube ich richtig cool aus wenn man sich das zuhause hinstellt ab 175 euro vorbestellungswert gibt es außerdem noch diese magisto figur gratis dazu wenn euch das video gefallen hat lasst mir auch gern ein leichter und abonniert hier auch den kanal um keine zukünftigen videos mehr zu verpassen ich bedanke mich recht herzlich fürs zu sehen und hoffe ihr schaltet auch beim nächsten mal wieder ein bis dahin und tschüss